Bundesligast FC Augsburg hat auf den Abgang von Verteidiger Martin Hinteregger, Eintracht Frankfurt, reagiert und in letzter Minute Ries Oxford vom englischen Erstligasten West Ham United verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt auf Leihbasis bis Saisonende in die Fuggerstadt. In der Hinrunde der abgelaufenen Saison war Oxford an Borussia Mönchengladbach ausgelehrt gewesen, die Fohlen scheiterten aber mit ihren Bemühungen, den Engländer fest zu verpflichten. Mit Ries Oxford konnten wir einen sehr guten Innenverteidiger für den FK gewinnen, sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport. Er kennt die Bundesliga durch sein Jahr bei Borussia Mönchengladbach und wird sicherlich keine großen Anpassungsschwierigkeiten haben. Daher kann er uns schnell weiterhelfen. Anzeigebilder Galerie Transfermarkt, Transfers der Bundesliga 38 Bilder Oxford spielte in den Planungen von West Ham Teammanager Manuel Pellegrini keine Rolle und kam in der laufenden Premier League Saison noch nicht zum Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017